Ich heiße Cecilia und ich bin schon sehr alt. Seit dreieinhalb Jahren mache ich aber Lieder. Damals war ich schon 85 Jahre alt. Und das Liedermachen hat aus mir einen völlig anderen Menschen gemacht, einen glücklichen Arten Menschen. Ich kann nur anderen Arten, Damen und Herren raten, auch im hohen Alter noch etwas Kreatives zu beginnen. Es ist nie im Leben zu spät, etwas Neues anzufangen und auf diese Weise ein wenig Glück in das Leben hereinzulassen. Ich wünsche allen Menschen das Allerbeste und habt einfach Mut, etwas zu beginnen, ganz egal wie alt ihr seid. Ihr könnt in jedem Alter nochmal neu starten.